ja hi und willkommen mein name ist an die wahl b und ich bin mit dem mario master und wir begrüßt euch zurück zu raft oder raf und oh mein gott sieht dir das an siehst du was dahinten sich zu den mond dahinten ist er nicht schön wie der mond auf geht ja das sind erst mal weg machen es ist so schön ich will den dreck der kabel ja genau so mein bett ja nicht wir stehen direkt von der riesigen insel ja aber auch reingehen nehme ich an die diese insel wollen wir erobern dann ich habe auch schon hier die ganze kartoffelernte geerntet und die kartoffeln sind schon wieder fertig geleistet oh gott können die so schnell fertig sein ich glaube ich muss eine neue neue anbaufläche machen erstmal gucken wir noch mal okay planken und schrott wo es ist und so ja es ist ja auch schon wieder eine woche her ja ja weil gestern haben wir ja gar nicht gespielt weil wir anders beschäftigt waren vor allen dingen ich war jetzt mal hier rein dann gehe ich auf die insel der mich an ja ich gehe auch auf die insel aber erst nachdem ich dann noch etwas getrunken habe und noch einen fisch gehabt habe ich möchte wo ist es mal drei ich habe eine menge tipps bekommen unter den letzten party nicht hochgeladen habe aber da waren so viele tipps ja weil ich kam es nicht hinterher doch aber weil ich nochmal anmerken will an die leute die tipps geben ist schön und gut aber nicht nicht so viel auf einmal weil er war die 20 die sachen so macht den besseren hagen da geht ein bisschen weiter ein bisschen mehr aus das hätte ich dir hätte ich dir auch sagen keine ahnung wir sollen blumen anflassen weil damit kommen wir an anbieten daran ja dann natürlich so klein auf anbau pflanz am flächen soll man die anbauen noch kleinen anbauflächen ja da können wir blumen pflanzen können wir bienen anlocken und noch viele andere aber man muss immer muss immer bemerken wir nehmen also eine woche im voraus auf mehr oder weniger und ich habe noch nicht den letzten part hier hochgeladen dafür noch ein paar also wir können nicht erstens so schnell umsetzen und zweitens wenn er so viele tipps kommen dann weil ich sagt auch ein bisschen und da kommen wir gar nicht mehr ja außerdem sowieso so ein bisschen wollen wir auch noch ein bisschen selber herausfinden also es war schön wir haben aber das hat der ding kaputt gemacht ja wie gesagt sagt wir nehmen halt hier alles das ist hier im voraus auf drei parts pro pro woche ja ja immer umsetzen können dauert halt ein bisschen ja also nicht denken dass wir irgendwie ja die ignorieren rechnen so hat das ist dauernd und nein nein ganz im gegenseitigen will das jetzt zu herzen also ein bisschen was will ich auch noch selber herausfinden ganz ehrlich so schlecht tun wir zwar eigentlich auch nicht anstellen würde ich jetzt sagen also am anfang haben wir uns schlecht angestellt aber heutzutage jetzt nicht mehr ich meine wir haben jetzt unser überleben perfektioniert ja ich glaube ich meine wir haben wir haben hier hier was um wasser zu machen machen ohne dass wir treibstoff brauchen und ich habe bogen aber bräuchte noch mal seine zweite bräuchte ich will mal diese kleinen anbauflächen ja machen das nicht bewegt man will sie mich abschießen war ich niemals glaubst du will ich dass ich so dass ich in der lage wäre dich abzuschießen ich bitte dich ja dann lassen wir auf die insel gehen damit wir ein paar planken sammeln können also sind da sind da drei dinger direktor sagt er kriegst du noch ein ding und packen wir mal hier hin paar sammeln haben wir glaube ich naja so ein band ja ich werde mal ein paar seile machen und auch mal hier so ein paar gott ja wie heißt es war kleine anbauflächen damit wir bienchen an so ich habe ich vom weißen roten unten gelben samen eingepflanzt okay ich muss ich tue dich schon mal gießen moment so habe ich wieder genügend seile einen schluck trink hatten wir aber auch irgendwie die kiste wo wir planken hatten nehmen nehmen wir planken brauchen wir immer ja gut dass erricht ich sie dass ich sie da oben in warzenschwein die soll man vielleicht versuchen ja mal zu erledigen ja aber ich glaube ich glaube die karte man am besten hat mit dem netzwerk war erst mal leben er hat gesagt haben wir die tiere einfangen kann mit dem netzwerk fach aber das ding ist das ding ist der netzwerfer ist schön und gut und nur was ist mit der netzwerfer wenn ich keine munition dafür haben außerdem machen wir dann mit dem man aber auch irgendwie so ein käfig oder irgendwie so was ich glaube was ich glaube ich immer mal gesehen habe ich glaube die kann man züchten dann dann fragt mich nicht wieso dafür wollen wir aber auch erst mal platz und was weiß ich nicht alter ja ja also unser ziel ist es erst mal diese insel zu erkunden und dann und dann wieder ab zu hauen und dann und dann unser großer großer groß genau unser fluss zu vergrößern ja dann und dann mega mäßig platz zu haben und anscheinend sollen wir auch erst essen wenn wir irgendwie am verhungern sind irgendwie soweit wir haben mehr heilt oder irgendwie soweit irgendwie sollten der art war glaube ich so ich lerne mich erst mal hier komplett aus und dann kann ich schon mal losgehen so haben meine axt ist fast kaputt aber meine axt hat noch ein viertel energie manche planke stein und sei lang stein und sei einmal einladung steine mit sein und planken welchen oder finden irgendwo ja wir sollten uns erst und wir sollten uns fern halten halten weil da oben läuft das warzenschwein rum ich glaube ich glaube der der bogen wird nicht reichen ich glaube ich würde es nicht treffen ich versuche sagen wir mal der feier pfeilwinkel der winkel da gibt das warzenschwein von hier aus nicht dann passen wir jetzt einfach mal ein bisschen auf wer dann stimmt nicht so viel aus sagen wir gehen hier rechnen und wir gehen hier rechts lang nach rechts bin ich letzten schon lang gegangen glaube ich wir sind aber überall warts und schweine glaube ich waren voll viele wenn ich mich hier ja auch irgendwo noch ein geier gewesen war es überhaupt ein geier hat man dir das auch gesagt dass das geier sind und die dinger müssen wir uns auch mal langsam kümmern wir haben schon auch neue sachen zum droppen oder so jetzt wo ich weiß dass wir ja von pflanzen an samen einsamen ein pflanzen wollten einsamen nehme ich mal ein paar blumen hier mit ja das mal ich nehme ja auch mal so eine weiße blume mal mit ja und übrigens wir haben ja auch herausgefunden dass es falsche an gibt naja aber ist ja großzügig glaube ich ja das ist schon wo stehst du ich ich laufe gerade so ein bisschen den berg hoch ich bin noch hier unten ja ich würde mal sagen wir versuchen mal ganz nach oben zu gehen wie soll man das machen also von hier aus aus wo ich gerade stehe kommen wir nicht hoch auch das ist hier viel zu abgewinkelt blaue blume mitnehmen ob wir hier überleben ich weiß nicht der wirft die ganze zeit hier sachen auf mich jetzt ja ganz viele blaue blumen mit da ist endlich warum ich habe ich habe gerade gesehen hat garten stein fallen lassen aber hat mich nicht getroffen scheiße ich habe keinen platz mehr so bäume endlich aus bäume gefunden und bäume könnte ich auch gebrauchen wenn man immer einen richtigen moment rennt dann trifft der einig schon mal gut aber trotzdem das ist gut zu wissen jetzt jetzt auf mich fixiert leider versuchen mich irgendwie anzuschleichen kann das wagen ein haie anzug auf ich sie aus wie ein hai der darf mich einfach ist gerade in den berg geflogen nicht ich hoffe dass mich in ruhe wasser vielleicht lädt er mich dann aus den augen also da ist wieder ein puffer fisch ein puffer fisch da wollte sie mich immer noch näher ich sehe ich sehe ja darum fliegt da ja bin im visier und da ist mein axt kaputt zum glück habe ich material für eine neue dabei ja das gezeichnet so ok wenn man sich das inventar so stelle ich mal vorher wäre ich hoffe da gibt es auch irgendwann mal so rucksäcke oder irgendwie so weit irgendwo mal unseren mentalen erweitern ist das so so ein puffer fisch oh ja das war einer und so ich habe ein puffer fisch gemacht so ist das denn lama lama vielleicht hat er irgendwo sein eigenes königreich ja aber ich habe den film geliebt ja er soll irgendwie nicht so gut angekommen seien angeblich aber ich fand den klasse ich fand den ersten fand ich das ist jetzt zweite nicht wirklich im zweiten ja es gibt einen zweiten film muss ich weiß ich weiß noch es gab eine serie von von der von dem jahr wochen zweiten film bisher längs umgegangen jetzt immer also sagen wir so ich bin hier einmal rumgelaufen weil ich da gesucht habe tatsächlich die irgendwann aus den augen verloren jetzt habe ich schon wieder ich bin wahrscheinlich wieder voll und sich hier ganz mangos und soweit als wenn es klappt in der ranken so gut wie gar kein platz auch ich hab ein baum gefunden ja ich bin hier mit den ranken ich dachte irgendwie die macht mir schauen wenn ich dann gehe weil es hat die in der höhe gewalt hat pilze pilze aber auch mal eine schaufel wieder höhen pilz ich muss irgendwo wo du bist aber leider komme ich jetzt gar nicht weiter weil da vorne ist ein wasenschwein ich bin da wo wir gerade gewesen sind hier machen wir eine schaufel wieder so jetzt werde ich mal meine suppe trinken so gott ein leckere zutat für viele mahlzeiten höhen pilz alles klar jetzt der kiste ist noch voll viel was hier holzen schrott planke dann regnet außen ich muss ein paar sachen hier loswerden ich werde zwei millionen futtern nach dem kloster ich bin so gut wie tot ich habe so viele sachen gerade dabei ich muss zurück aufs floß ja macht aber wenn ich jetzt nicht hier nicht zurück aufs floß kommen dann sterbe ich nämlich gleich noch ich habe gerade nur ich habe mich tatsächlich mit dem wassen schwein angelegt und ich habe keine pfeile mehr ich habe zum einen keine pfeile mehr und zum anderen ist mein bogen gleich kaputt muss das schau erst mal manchen zu hause essen und so ist das teil war ja ich war mit halbarem ich weiß nicht nur sand und das hier ist ich würde gerne mal aufheben in der höhle warum regnet es hier in der höhle reiten warum man macht hier überhaupt etwas sind zu schön ich muss mir meine schaufel herstellen dann versuche ich noch mal diese höhle ja zu finden dann hoffentlich hier jetzt los und gezogen ich wusste was los ist ja das jetzt mal wieder wüsste dann ist ein schwarzen schwein das macht uns schwein der nähe von baum ja wenn es feiler hat mit feiler in sich hat dann ist es das gegen das ich gerade gekämpft habe wollte nicht ich suche uns auch los deswegen ich glaube hier war da irgendwo wenn ich mal gucken was man da aus der höhle kriegen da kannst du irgendwie buddeln wird auch schon da sein naja ist ja hauptwerke sogar nicht so weit ich bin hier ich habe pilze mitgebracht du hast pilze mitgebracht das ist super direkt erkunden ja direkt mal erforschen ja okay so erstmal ein paar sachen wieder einlagern ja nicht gefunden habe ich mach mal einen planken kiste ja ja das ist eine gute idee wo es überhaupt die fehler kiste das ist die schrottkiste da ist die fehler kiste und die fehler kiste ist fast voll aber fehler nicht ich muss mal das schilder also dran anbringen ja da muss ich das mal so wende ja das glas die schmelz platzieren haben wir irgendwo noch müsste mir nämlich tatsächlich tatsächlich einen neuen bogen machen wollte ich einen metall war nämlich mit dem holz machen kann macht sind gegenüber von dem links hast du auch noch zufällig einmal glibber übrig ich glaube nicht also momentan ich mein metall waren brauche ich auch für die für eine schaufel damit ich hab mal abholzen kann so gott hat aber solchen jetzt die blumen packen noch eine kiste ja wir brauchen merkt ist schrott seil kunststoff kunststoff habe ich gerade nicht nicht einmal kunststoff kann es dir geben aber ich habe nur einmal kunststoff ja ich nicht ich mache mir mal kurz eine super ich brauche neue munition da war ich für eine schaufel bevor ich irgendwas mache lang der polzen planke mit teil waren damit teil waren müssten wir uns wie wieder machen wo ich da vor allen dingen auch mit teil waren damit ich mir besser pfeile machen kann weil jetzt gerade kann ich mir nämlich gar keine pfeile machen weil ich habe keine steine ich gucke ob ich den pilz irgendwie erkunden kann ich werde noch ein bisschen was auf den grill schmeißen ok so ich habe hier noch ein fisch platziert wenn er ist mir das sand was ich da gefunden habe wenn wir sind doof weil so viele kokosnüsse wieder boah für platz wir haben schon so viele kisten geht trotzdem platziert die ganze außen wie ist es möglich also ich glaube ich glaube ich sollte die pflanzen nicht sofort hier ja ja ich glaube ich sollte lieber da lassen damit wir bienchen anlocken können sondern ein metall barren ja ich habe ja einen genommen damit ich mit bolzen machen kann das ist nicht genug ich brauche noch ein wir brauchen mehr metall erst ja soviel zur schaufel ja soviel dazu und ich kann mich jetzt ich kann mich jetzt auch nicht mehr so richtig gegen die gegner hier hier zu wehr setzen die mit meinem kuppeligen holz sperr hier der bräuchten unbedingt eine zweite schmelze kostet vier schmerzen schmerz zwei schmelze brauchen wir nicht aber nur mehr metallerz und so damit wir mehr mehr gleichzeitig machen können ja wir waren kaum möglich zu machen ja wir sind vielleicht sollten wir erst mal schlafen gehen ich trinke noch kurz mal unsere betten jetzt an unseren betten okay machen sich eine zweite schmelze kostet als andere sachen wir ja natürlich alles im leben kostet was sogar der tod kostet was ist ihr das bewusst und prioritäten setzen wir kriegen wir jetzt um die äten er schmerzen brauchen dann haben wir prioritäten lassen wir erstmal die staufel machen damit ich ja gucken kann man für da neues finden können vielleicht irgendwas geiles neues war bei euch aber noch nicht was neues spiel sparspannung und schokolade aber ich bin die hälfte der zeit hier nur sachen am einlager das ist das ist nicht normal na ja dann glaubst du noch ein paar kisten ich trotz hier die blumen rei mein gott ich gehe wieder zurück die insel irgendwie etwas etwas hinzukriegen und natürlich versuche ich natürlich jetzt nicht auf das nächste warzenschwein zu treffen weil wenn ich jetzt auf das nächste warzenschwein treffe ich glaube dann bin nicht so gut wie tot das ist eine weiße blume und ein weißer samen ich bin da dafür wir sollten noch eine weiße blume und noch zu erledigen ja noch schon neue sachen die man noch nicht haben wir haben alle unser glas jetzt geschmelzt geschmolzen sei sei grammatisch bitte richtig niemals so ich brauche einen metallbahn ein einzigen metallbahn bräuch ich gehe jetzt zurück auf die insel fast kaputten sperr fast kaputte axt ich versuche mich hier zu verstecken ich versuche mal ganz oben hin zu klettern naja ich versuche es auch gerade nur weiter komme ich irgendwie nicht und ich glaube wenn ich jetzt noch versuche weil weiter auf der ich glaube der adler tötet beziehungsweise der geier tötet mich dann ich finde ich war jetzt irgendwie nicht so schwer zu bekämpfen sagen hier immer nur seitwärtsschritt hier machen wenn dann angreifen ok ich bin ich bin schon relativ hoch oben ja wahrscheinlich ewig dauerung weil ich mit dem holz sperr angreifen ja ich habe das gefunden ja ich versuche damals verledigen ich werde davon verledigen was ich für lange da mein schmerz kaputt eine sekunde ich werde zurück zu meinem flusen hals spielmann ich weiß nicht wo ich bin denn der adler beziehungsweise ich sage immer adler dabei ist es ein geier wenn ich jetzt keine höhen angst habe würde ich mir sagen ich glaube ich scheiße gleich in die hose also aber da sollte ich mal einen besseren sperr machen dann musst du auch metall waren boah dann kann man jetzt planken eingelagert hier so ich schnappe er war es ein schwein ich muss runtergehen frage zeit bis das ding todes lange dauert ja und ich frage mich wie lange es dauert bis ich jetzt gleich sterbe hey jo was geht und dabei war war schon so hoch oben ich glaube nicht dass erledigt wissen so vielleicht kann ich helfen vielleicht sollte ich erst mal zum schluss zurückkehren aber erst mal warten wenn sie mich voll geheilt habe ja ich habe mit schiefen bekommen die habe es gerade gesehen jetzt sehr lehner weil ich da bekommen es damals leiser zweimal leder und patrimkopf war aufgesetzt ja ich zeigte mal wieder aussieht ja ich gebe den kopf ja ich weiß noch nicht den anziehen dass mein ding zu abziehen so ok den kopf werde ich aufsetzen ich habe das ding erleicht du setzt den auf ist klar ja klar dann lass mich mal eben zum zum tisch gehen hinterminden damit ich das leder erforschen kann ich will auch ich will auch was zu diesem triumph beitragen wo sind der vorschuss wo war denn da war er weg da so ist man legen erforschen ja erforscht bienenstock hier ist ein stück rucksack ist ja auch der inventar ja bitte also wir brauchen dafür sei leder und gebrauchen wolle ich habe ein leder wolle wir brauchen wolle dafür war und netzkanister kann mit dem netzwerfer verwendet werden packt er mal in einer großen kisten ja ok warte mal also für den für den netzkanister dafür braucht man explosives pulver den stein und seil ich würde lieber erst mal den rucksack herstellen wir momentan ja tatsächlich schon das ist der kopf danke für den kopf zumal hier und zumal jeder rein ich tue das leben ein drohe vielleicht durch mal grillen war war da war da will man ja aber nicht erkunden können oder ich glaube nicht da das leder ist drin wenn da tue ich auch mal das rohe vielleicht auch noch mal drauf also so macht so feier des tages mal das rohe fleisch grillen ja klar da ist das an sie dir an wie groß das fleisch ist ich will auch ich mache mir mal eine suppe ich muss mal was trinken kartoffeln die war noch mal vier kartoffeln kann man einfach nur ein backen ja zwar ja genau vier so mal gucken ob irgendwie ja jetzt eigentlich nicht so lange gedauert hat irgendwie so 12 13 treffer vielleicht würde ich jetzt mal raten ich bin ganz super ausgeglichen ob es aber ein bisschen einmal ausweich künstler ich finde ich finde nicht so schwer zu bekämpfen wenn ich ganz ehrlich möchte muss waren ist das charged ausweich schritt dann geht es einmal rein steckt ich sage ich sage relativ unspektakulär aus dieser leser ist die frage wo kriegen wir wolle her wahrscheinlich von schafen ja ja nur jetzt ist die frage schere kann man ja herstellen glaube ich irgendwie ja das fleisch braucht ganz schön lange wissen der rucksack hier der rucksack ist wohl warte mal ich finde ich meine super fertig war dann gehe ich wieder auf die insel ich nehme mal unser fleisch fertig ja noch nimm dir ein fleisch mit eine sekunde ich muss jetzt mal den haier legen jetzt mal drei fleisch mal sehen ich guck mal wie viel das wie viel das fleisch auch will ja ich auch okay es macht ein viertel voll tatsächlich aber man kann es nur einmal futtern damit ein ja moment das haben wir vielleicht ein paar steine auch mitnehmen so menschen stein 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 also ich als klamotten dabei mit denen ich meine sachen hier wieder bauen kann falls sie wieder leer sind ja so das war schon meine erledigen wenn wir die sehen für leder ja ich schaue mal nach wo man den wo man den rucksack findet ich versuche mal ganz hoch zu klettern ich finde ich ja irgendwo einen metall waren bitte nicht in einem metall waren an oder den in einem bolzen ich ja erstellt habe ich will meine schaufel erste ja ja natürlich 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 ich finde ich irgendwie hat so wenn noch ein wachsen schwein kommt dann ist er dann aber ich versuche auch zu klar ehrlich gesagt ich habe nicht gesehen wo der rucksack ist müsste ein dass ich da hoch der roger oder vogel ist dann richtig gesehen was ein schwein jetzt so wie um eins zu erledigen aber wenn du warten bis der charge an rechts links rennen kann man reingehen stechen ich will nicht wenn da nicht so schwierig ja ich ganz so schwarze blume damit ich gehe immer weiter an die spitze wenn man den vogel erreicht weiß nicht dann kann ich nicht erreichen dann brauchst du einen vollen bogen oder wenn er landet irgendwie seine steine aufzuheben hier kommt so klar mit dem ding ich kam klar aber dann wurde ich überrannt und mein spiel ist auch gleich kaputt ja lieber weg ich bin ich bin ja sehr weit oben ja ich muss mich rechargen eine blöde folge mich die ganze zeit verfolgen nein 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 ich lebe noch noch aber dieses waffen dieses scheiß warzenschwein kamen darauf auf mich zu ich dachte ich wäre sicher ist eine sattkasse man waffen sperre ich brauche ich brauche eine blanke ich habe keine blanke mehr musste denn hier rote bären ich nehme jetzt einfach eine so große vogel er hat mich aus den augen verloren gut ich mag sie das ist jetzt ja gerade dunkel ist ja ich finde es auch gerade nicht schön dass es dunkel ist ich werde mal ich werde mal neue ernte ansetzen was das ziege kommen ich kann ja aber nicht erledigen während der blöde folie ganz los geht er wird wie hoch geht denn das hier noch bin bald einer spitze glaube ich hervorragend machen machen sie weiter so dass schon wieder so ein häuschen muss der vogel über dem vogel du hörst du mit stück weg aber er lade mich aber getroffen ich habe mich nicht sehen das war ich war doch hier so versteckt so muss ein nest ich mach da kaputt macht kaputt ist der kiste schon hier bolzen aber bolzen verdammt ich wollte ich brauche mit drei bauern aber bolzen kann kann man auch immer gebrauchen ja aber ich begann bolzen aus dem metallbarn hergestellt und verschwendung mit gewusst hätte ich nicht gemacht ich tue mal die samen dazu auch mal hier rein genauso wie die blumen ich muss mal was das essen ich werde mir mal eine eine kartoffelsuppe gönnen ich bin schon wieder voll wie passiert hat immer so schnell weil weil du ein abenteurer bist ist einfach ein furchtloser abenteurer und ich werde gleich zurück auf die insel gehen ich habe noch eine rechnung zu begleichen noch höher war ich bin noch immer noch nicht an der spitze ich muss mal ein paar sachen loswerden wenn ich im menü wenn du blöd wie ich bin bitte stirbt nicht noch nicht glauben ist nicht wissen mein freund ich würde noch mal gern kommen sehen ja oh mein gott meine hunger leistung voll erhöht durch die gummisesuppe ja klar ich meine balken hat sich jetzt sagt man nicht lang aber ich muss gleich raus ich bin gleich tot ich nehme ich nehme jetzt diese planken mit mein gott ich bin so nah an der spitze ich gehe jetzt da hoch ja ich bin fast tot aber aber du bist so furchtlos ich habe den ganzen weg noch mal hochkletter wenn ich verliere die hälfte meiner sachen ja ich musste jetzt tatsächlich mal ein paar planen umnehmen damit ich diese zu weitermachen kann okay mit halbarem ja ja mit halbarem ich komme runter wenn ich runter finden würde darunter sind vielleicht noch andere sachen aber egal mit halbarem wenn ich jetzt einmal trifft bin ich tot aber ich renne ich renne ich renne habe ich den schatten gesehen der hat mich nicht gesehen ja daneben pass bloß auf wer wird ja eine gebüsesuppe machen jetzt immer so tief runter müssen wir hier so runter springen da kommt der stein ich werde jetzt wieder auf diese insel gehen ich habe noch eine rechnung zu begleichen ich glaube dann das warzenschwein das ist gerade mein persönlicher endgegner ich habe so ein glibber gefunden sehe ich gerade das glibber gefunden ja dann habe ich dich gesehen du stück ok ok jetzt sehe ich habe meinen schlag ausweiten sag ich bin ich bin gleich tot sagt er fort jetzt na da fliegt darunter ich nehme es mir mit ja nimm du zeugst du mich schon voll jetzt kannst du auch ein waffnenschwein kopf haben ist auch ein waffnenschwein kopf haben ja gerne ich mache mir erst mal eine schaufel so dann gehe ich gleich wieder da ein und tue mal dinge da warte ich gebe dir erst mal den kopf ich habe keinen platz ja da nehme ich mal den schrub mit ich muss erst mal einlagern soll soll uns mal was zu essen machen macht hat ich werde das rohe fleisch platzieren leute nie platz wo haben wir das leder hingetan also da direkt daneben neben forschungsdienst war ja der hei da haben ein spät kaputt stück stück war ab wenn das holz steinachs muss eigentlich mal eine planke stein und seil haben wir ja genug ich habe mir einige planken ja schon genommen habe ich ja selbst ein sperr machen konnte mich gegen dieses wartenschwein gewinnen konnte aber du hast mir natürlich hervorragend geholfen du hast hervorragende arbeit geleistet ja ich habe ein zwei schläge gemacht ja ja gut vorgearbeitet übrigens hier ernt ist fertig ich habe andere sagt mir ab wo ernt sich ananas samen kommen wieder her ananas samen habe ich auch ananas hast du zufällig noch einen ananas samen haben oder irgendwie noch oder irgendwie noch was anderes was wir hier rein tun können die sind wir alle in der kiste sind alle in der kiste hinter dem unter unseren sofas ja okay erwarte ich nehme ich hier noch mal so eine rübe mit so eine rübe lüge lüge das gibt eine rübe davon ja ich warte noch eben bis bis das hier fertig ist tatsächlich moment wir brauchen leder für den rucksack aber den rucksack sehe ich noch nicht im inventar tatsächlich wahrscheinlich weil wir dafür auch noch wolle braucht was bedeutet wir brauchen auf jeden fall irgendwie eine schere warte mal ich nehme mal einmal leder raus erforscht noch mal mal sehen ob dann irgendwas passiert also wie gesagt für einen rucksack brauchen wir seile wir brauchen leder und wir brauchen wolle hier man müsste der ausstattung dann ausstattungen aber es ist nichts hier sehe ich nur die sauerstoffflasche und die flossen ok schere brauchen wir halt damit wir wolle bekommen warum ist der volk allerdings nicht vorwollt schießen tot oder welche waren sogar zwei vögel ich brauche dringend feile keine mehr unser fleisch ist fertig er schnappte daher dein sieges fleisch ich muss jetzt mal wieder meine material mein gott wenn ihr die ganze zeit nur durch die gegend und ein neuer kopf der gefällt mir ganz gut langgestellte stil hat stil ja du siehst gut aus warst du beim friseur ja wenn wir das nächste warzensschwein töten hängen wir hier hier noch so ein trophäen kopf an ja ich gucke jetzt mal ich weiß mal zu trinken dann gehe ich mal mit meiner schaufel guck mal was da zum ausgraben ist sah aus wie normaler sand ich hoffe es ist nicht nur ein versand gewesen wenn wir sind unspektakulär ich schaue man auch ob ich hier irgendwie noch noch was finde ich jetzt wüsste ich bin fast voll mit allen ich habe noch jede menge platz tatsächlich also ich habe noch 1 2 3 4 5 6 7 slots habe ich noch frei ich brauche unbedingt den rucksack da ich auch dauernd voll ja also wenn wir den rucksack haben dann haben wir auf jeden fall vergrößertes inventar und wenn wir ein vergrößertes inventar haben ja dann fühle ich mal zu höhle ich komme mit wenn ich wüsste wo ihr mal war die war irgendwo hier auf linken seite vielleicht kann ich dann nämlich noch so ein bisschen was was davon mitnehmen ich glaube irgendwo da oben ich habe einen bogen und ich weiß ihn einzusetzen auch wenn ich keine pfeile habe ja sowieso deine salam also haben wir versuchen zu erledigen kann sein abschließen dass auch nicht haben keine pfeile dann ja unten ist eins ich glaube hier ich glaube hier ist die höhle ja hier ist die höhe ich musste unbedingt den baum abholzen also ich hoffe das ist jetzt nicht einfach nur sand war sonst irgendwie dreck oder irgendwie so was für ein neues halt doch wer so schmutz und scharnier schmutz und scharnier ausgezeichnet neues zeugs neues zeug schmutz und stein stein schmutz können wir bestimmt analysieren ja ja hier ist noch mehr da hast du seit mal schmutz und nagel so nagel ausgezeichnet was auch was neues da noch irgendwo nein ich sehe keine keine hügel mehr ok da ist noch einer sah schmutz sieht schmutzig aus ach was das ist echt die beste beschreibung die ich je gehört habe genauso wie wie beim stein und ich dann da beim stein ich gehe jetzt auf der lama los oder lassen dass ich mit aufs lama losgehen da wird ja auch neben leben mehr aushalten als ich habe schon getroffen ok sehr lange dauert 1 ist mir vollkommen egal wie lange dauert ich mache das jetzt ja ich will es auch platt machen damit man schnell also jeder verbrochen wolle doch nicht ein stein auf dem werfen ich habe eine stadt einer ich habe steine steine es geht ja hoch wie kann das sagen ist ja so schnell ich habe ich habe ich habe es noch mal gestocht hat ich habe mich am stein geworfen nein kein stück nein das geht sogar kaputt wenn er hat ja ich will ein lama kopf haben ich habe es noch mal gestocht hat ja ich auch ja er wird neben leben im wagen schweinheit irgendwie weil ich zwölf hits oder so ausgarten dieses und dieses wird garantiert nicht so viel aushalten naja dann bin ich von vier getroffen ich dreimal du zweimal ja scheiße sind kommt nein ich kriege da nicht jemand stück wer hat nicht getroffen noch mal getroffen läuft immer so einen bestimmten zum bestimmten weg habe ich noch mal getroffen ja ja ich habe es noch mal getroffen kommen und kommt 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 ich steu den weg ab noch den ja noch mal ich steche dich in den die in den arsch und das ding mehr als ein wagen schwein aus hätte versucht uns mehr zu flüchten ich habe nicht getroffen mann komm her du bist du bist stück die arzt hat dann so jetzt habe ich den meisten zimmer noch mal getroffen gäbe uns ein lud ja aber zwei neue tiere erledigt kommen nein warum ist das schwer da warten schweigen weil es war zum schweigen uns angreift kommen so lange soviel kann er doch nicht mal haben aber jetzt hat er nichts unterlassen ich kann nichts damit machen nein warte mal moment da fällt mir was ein ich habe das ich habe doch schon mal so viel ich da konnte ich nichts mit dem wachen da sind wir echt nur zum einfangen dann ja aber wir haben es erledigt es ging um die botschaft genau sollten wissen wissen wir die schäfer die chefs sind jetzt hier ja ich glaube wir haben jetzt hier alles erkundet ich bin da ganz oben in der jahre haben wir erkundet dann schmutz wird man auch noch kunden genau ja genau den schmutz muss noch analysieren warum gehen wir in dem wasser einlangen ist auch gefährlich auf dem berg hier ich beschwimmen jetzt tauche ich unter sieht aus wie tag war mehr mit dem mit dem spänehand während der abtauchen ist die kohle die coole version von akware wenn ich die von damals die noch vor die lusche war und so also wir reden vor von der neuen neuen version die auch mal wirklich das kann ja gespielt wurde von karl drogo aus game of thrones also ich bin abfluss ich auch gleich nein nein diese verdammten vögel haben wir unsere ernte gefuttert ja wir haben unsere ernte gefuttert so schmutz erforschen damit können wir eine wiese erstellen gehst du sie ein wenig und du als gras für deine tiere ok ok mehr kommen wir sagen was sollen wir damit der scheiße wir brauchen unbedingt wolle unsere restliche schmutz dann können wir uns auch ein lederhelden machen und zwar die in die beschreibung dazu ist göttlich schützt ein kostbares gehirn wie kostbar ich dachte nur schätze werden kostbar ich mein schmutz rein ok dann kann man ja wieder gehen ja von diesen dingen soll ich den anker lichten tun anker lichten ja wenn wenn ich nicht gerade ganz dämlich reingefallen ja das passiert das passiert ich ja ich lichte den anker und da und wie viel zeit haben wir überhaupt noch wir haben noch so fünf sechs minuten da kann mal noch ein bisschen was ja ich lichte den anker ich habe den anker gelichtet und dann müssen wir wieder ihr floßer weiter nehme ich an ja unser anzulein hat fertig ist ja wir haben ein hervorragendes abenteuer erlebt wir haben zwei tiere erledigt zwei neue genau ich brauch kunststoff für eine kiste ich setze die segel weg von der insel setzt die sei auch ich setze die segel und da aber der in ein neues abenteuer ja und vielleicht wird auch dann dann in den nächsten bad aber das überlege ich mir noch irgendwie habe ich auch so ein tipp bekommen wir sollen die segel nicht setzen irgendwie sowas so im sinne von irgendwie tauchen da keine loot auf oder irgendwie sowas gesagt da war der video zu 20 tipps auf einmal ich konnte nicht alles davon auf und das ist mir echt mal zeigen bevor wir den pappen ich muss was trinken also schlafen ich sehe wieder nichts mir schon ja um ernten und dann hat man sich nicht als dass eine super trainer das was das ist ja meine suppe nehmen sie dir einfach hier ich mache neue ich muss planken platzieren da werde ich jetzt erstmal hier wir waren warten bis die super fertig ist ist und die erstmal weg und weg schlürfen wir wollen wieder das gleiche zeug ich brauche wieder hier zeugs wieder zeug jetzt schon am sport mein gott zeuge schon am sport und ich brauche kunststoff wie blöd und meine hand ist kaputt zum glück habe ich nur ein das ist was das habe ich mir gefasst da gehe ich die kraft so ok für zeug selbst gerade ganz gut nicht genießen muss immer trinken durch darum absoluten dringend wieder steine stein haben wir noch genug wo haben wir noch steine in den kisten kann ich mir nehmen da kann ich mir auch neue pfeile machen warum ist dahinten der stern so am leuchten der stern sie sollte da oben da oben also weit am leuchten im himmel ja haben wir weiß warum der so leuchtet weil auch wunderschön ist er ist der hellste stern am firmament die helden mutige wesperia das sind anspielungen einmal nach projekte über den kunststoff nach hinternehmen mein kunststoff ich schaue mal nach ob ich überhaupt ob ich meine neue pfeile machen kann ich brauche mehr kunststoff dann kommt schon gleich neu ist das neue insel noch eine kleine insel hat sie so komisch aus was wir dahin gehen ja selbst die segel dahin da irgendwo da 22 so haben wir es mal packen noch dritten vergisst nicht rechts klicke lässt den haken wieder zurückkommen ja wenn ich mal verkeilt hast ich bin kurz gefallen der koffert hier rein dass ich wieder am boot gegangen also wieder auf dem flot gekommen bin der hat der heilkopf hier an der wand mich ein bisschen erschreckt oh mein gott diesen schaden irgendwie gehen wir da nicht hin blöde wellen ja war schon wieder verfehlt was ich brauchte für eine kiste schrott kunststoff ich brauche erstmal feine ich habe wieder feine jetzt jetzt kann ich wieder unsere ernte protekt ist es nicht hervorragend ja übrigens du hast da noch fleisch drin auf dem grill ja ich habe aber noch eine gemüsesuppe das fleisch genommen so ich brauche eine kiste damit wir natürlich unseren blumen samen einlagen kann schrott ja dann gibt es mehr für mich nicht warum ich hoffe jetzt haben wir da genug sah dann pack ich also nicht so dahin dann kommen unsere blumen samen und blumen da rein dann können können müssen wir irgendwie noch ein insekten netz machen damit wir die bienchen einfangen können ich schaue mal nach was wir dafür brauchen aber hier insekten netz war noch eine kiste warte moment noch eine kiste ein vogel ist sogar entkommen nein und ja er hat war von unserer ernte weggefressen hast du zufällig noch noch einmal glibber übrig denn habe ich glaube ich eingelagert irgendwo wo das näher der schmelzer war glaube ich näher schmelze weil ich nehme mal den glibber und ich nehme mal drei planken weil dann kann ich nicht das insekten netz herstellen wir haben noch keine insekten sie ist an guck mal was ich hier habe ja jetzt wollen wir erstmal insekten nicht natürlich sachen her stehen mit dem ankommen könnten aber aber jetzt sie ist noch von der perspektive jetzt haben wir zum essen schon mal mal und das mit den insekten da kommt ja auch noch wahrscheinlich sogar schon im nächsten part ja den wir jetzt werden den jetzigen part ja und ich setze mich jetzt auf dieses sofa warum kommt da nie ein vogel in unserem vogelnest jetzt setzt sich erstmal zu mir dann können wir den park beenden ja noch mal die säge rein das war ja noch abschließende worte ich bin noch nicht deswegen er sich jetzt eine suppe heute haben wir ein zwei neue tiere getötet ja da ist auch wir haben neues material gefunden ja ja die welt steht uns offen ja dann sagen wir dann schluss zuschauen und bis zur nächsten folge tschau tschüss